Pratyalidasana ist die Stellung des Schützen oder auch die Schussstellung. Es gibt verschiedene Asanas, die als Schütze bezeichnet werden können. Angelina zeigt zwei davon. Ausgangsposition von Pratyalidasana 1, die aufgerichtete Stehhaltung. Und jetzt beuge einfach ein Knie leicht und hebe den Fuß hoch. Und das ist Pratyalidasana 1. Pratyalidasana 2. Komme zunächst zu Virabhadrasana. Ein Fuß vorne und der andere Fuß hinten, wobei du den hinteren Fuß auf den Zehenspitzen hast. Beuge dabei das rechte Knie etwa 90 Grad, sodass der Oberschenkel in etwa parallel zum Boden ist. Dann strecke den Arm nach vorne, in dem das Knie vorne ist. Mache eine Faust. Beuge den anderen Ellbogen und mache auch eine Faust und hebe die Faust etwa in die Höhe des anderen Armes. Und so kannst du dir vorstellen, dass du jetzt wie ein Schütze bist. Und da wir Ahimsa nicht verletzend verpflichtet sind, bist du ein Sportschütze, der jetzt seine Konzentration trainieren will, indem du als Schützin jetzt auf eine Zielscheibe zielen willst. Pratyalidasana kann dir helfen, zielgerichtet zu sein und auch Anstrengendes zu machen, konzentriert zu sein. Knie